Dann gehts los. Ich, Garmon, werde uns retten. 5, 4, 3, 2, 1 Kommt nur! Meine Tiere freuen sich schon auf eurer Fleischball! Zeig, das ist ein Speer. Jetzt kommt das Bude, was er machte. Das ist die kleine Edwell. Das sind die Speer. Da kommt die Edchen, die getränkt werden. Das ist die Speer. Ja. Das heißt, die Speer kaputt machen und weiter. Die Edsel hat mir gar kein Leben. Es ist nichts. Die Speer-Feuer-Tetrager können so gut abgehen und mit Krieger. Wenn keiner festgenagelt ist, was die mit Speere dann steht, dann kommt die Speer kaputt. Ja, kaputt war uns vom Sinten. Er holt mal Alexander. Kannst du da heilen, Bruno? Nee. Okay. Okay, okay. Das ist total... Das ist so wie bei ICC. Wie gesagt, wir wollten manchmal in den Fieber von uns geplutung und dagegen gehalten werden. Die Eute ist bestimmt auch super. Ja. Die Eute ist bestimmt auch super. So, der Wolf ist vielleicht tot, dann kann man ihn schon mal zu den Elefanten rüberziehen. Abonniere. Mit Vergebung ab. Die Spenverkehr für ihn. impertetrager der Weg! Gefähr! Gefähr. Gefähr! Gefähr! Was dann? Gefähr! Gefähr! Gefähr für die Spuren. Gefähr! 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 Ich hab auch keine Arrange-Meter. Wie ein Meter? Die Meter. Pump-Meter. Ernst? Das ist der Gillette-Meter, da stehen noch ein paar Haare. Ja. Äh, Quality-Time raus holen. Dann die auch. Oh, wie der Panda failed. Aber es erinnert sich nichts, beim Hunter war es genauso. Und der Bonsai, wie er steht. Ja, ich wollte gerade was fragen. Jetzt macht er den AOE? Mehr macht er nicht, wie kann. Also ich hatte sonst was Filetsport. Der Bonsai ist so eine Maschine, der macht ja viel. Der Jana hat irgendwie Akku. Das ist der AOE, den er dann jetzt permanent macht. Mit den Dotspades. Oh, wie ist es wieder nirgendwo noch hergekickt? Oh, ein Pink-Time-Ball. Hey, das soll nicht voll stehen. Meine Kinder. Wird Barriere-Karaktiv aus raus. Hier. Hier. Spott. Hm, welcher jetzt? Wann kommt der Boss hier? Wann kommt der Boss hier? Ja, ja. Der verliert die ganze Zeit eh Leben. Ja, ja. Der hat dann noch 40% oder 30%. Ja, das klappt mal weg. Ich finde den auch angenehm. Den legen wir jetzt mal weg. Den legen wir jetzt mal weg. Nee, wir wollen den zweitens. Ach so. Guck mal weg. Guck, ihr sehen, ob der die Blutungs-Effekte plus... Ja, wollen wir ihn bei den anderen holen? Ja. Der macht... Machen wir jetzt so wenig damage. Damage! Geh mal hin und hol mal raus. Da nicht vor dem Stehen. Hier machst du Feuerbrett nach vorne und Feuerfläche nach oben. Kann man aber dispelden. Mastbe geht auf. Oh, das ist gut. Der ist da vorne, wo er hinten ist. Der Jepro ist da drin. Machen wir einen Mast zu spell hier. Ja, scheiße. Der sich mit dem drabt oder gerichtet vom Tank. Egal. Raid zu. Okay, okay. Dann verteilt euch einfach ein bisschen. Dann kriegen wir das weniger. Das ist eigentlich nur das Schwerste hier. Der hier, der ist kraft. Andi hat drei Stehen. Ja, ich krieg die halt nicht. Ich weiß, den muss nicht. Singles. Anders steuern, was zuerst kommt. Ja. Hab ich schon mal einfach angesagt, wo der Boss steht. Hä? Das ist auch das Achievement für den Boss hier. Der hat mich gewohnt. Alle drei einmal als Erste. Der hat mich gewohnt. So, jetzt kommt der Boss zum Kampf. 3, 2, 1, 2. Tiers macht direkt mal die Magie verstärken. Andi ist noch einge... Ja, Andi war schon. Ja, Andi war schon. Komm jetzt immer noch Ads. Ja, Ads kommt klar. Spirrt meine Zahn. Ja, Ads sind da. Aber hier brauchen wir halt... Das ist total angenehm eigentlich. Aber hier brauchen wir halt... Das ist total angenehm eigentlich. Ja, hat irgendjemand zusammen? Schmelzhofen machen wir zuletzt. Ab zuletzt machen wir einen schwarzen Brust. Leider macht ihn halt sehr gut. Leider macht ihn halt sehr gut. Geh mal Hype, weil er wieder sie weg ist. Das sind alles Parler-Bosse hier. Seh ich schon. Ne, ich hab dich nicht angestrengt. Ich hab gechillt. Ja, ihr seid da ja weit in. Wir gucken uns nicht nur an. Ey, ich hab hier nur alle so ne Kacke. Oh, da ist ein schönes Janecat sogar. Das ist Imga, ne? Mit Tempo.